Huuu, kommen wir zum Kaffeekränzl! Jaja, ich komm! Oje, an wie viel Uhr haben wir dann schon? Bertrand, aber zum letzten Mal! Hoffentlich hat es keinen Käse, kommen wir das mal. Bonjour liebe Zuschauer! Wir sind heute im Kaffeekränzl, im Club Vaugien von L'Ambarie. Die reden nicht so, wie die sagten Männer, die sagen L'Ambarie. Und wir bedanken uns natürlich, dass wir uns empfangen heute, in dem Chalet du Club Vaugien, wo sehr schön ist. Also wir können euch nicht mehr raten, was da herkommt. Bonjour Monsieur le Maire, Jean-Marc Wagner. Bonjour, bonjour. Merci für den Empfangen, da in dem schönen Dorf. Ja, mit großem Pläsir, von so einem schönen Dorf zu kommen. Also du hast heute noch in Bertrand Pläsir gemacht, wenn wir gute Käse kuchen, gell? Ich habe ganz nachgepackt, ich habe einmal müssen probieren, dass etwas rauskommt. Merci, vielmals. Monsieur Olivier, bonjour, Vater Empfangen, dass wir heute auf die Sendung gekommen sind, und dass wir uns in L'Ambarie empfangen, Raymond, gell? Er erzählt uns noch ganz viel. Wie? Ja, überhaupt, ja, was ich weiß. Man kann nicht alles wissen, gell? Bonjour, Bertrand. Du bist heute ein bisschen schickimicki, du bist im Kristall heute, hast du gesagt, gell? Ja, wir sind im Kristall, wir sind im Dorf, von Glasmacher. Ja. Aber das reden wir noch, gell? Und Sébastien, ich höre dich als letztes, weil du bist hier dahin. Ja, Monsieur le Maire, ich muss euch etwas verraten. Also, mein Urgroßvater ist von L'Ambarie. Danke. Der Emil Hector, der früher viel war und spirituell dort geraten hat. Ah, natürlich. Ich habe den Arabischen Genealogie gelungen und ein paar angerufen, und ich bin, ich habe Blut, nun einmal, da Blut aus L'Ambarie. Ja, das sieht man gleich, und dann haben wir auch den Mann, ne? Genau, genau, genau. Also, heute ... Ja, kommt der Hübsch, wenn der Pütler schon gehe. Also, ne, die Familie hat in Alstinge gewohnt, ich stomme aus Plädastorf, und die Oma, also die Marguerite Hector, das hat dann natürlich in Alstinge gewohnt, in Gebenhuse gewohnt, in Vorbach gewohnt. Also, ihr wart nicht so weit. Also, ihr habt es verstanden, der Monsieur Olivier ist Genealogist, und er sagt uns noch ganz genau, wo die ganzen Familien da herkommen. Wir haben heute wieder ein schönes Programm, Sébastien, Bertrand, gell? Wir haben ein Interview über das Christal, natürlich, von Monsieur Neuter. Wir haben ein Interview vom Club Augien, weil wir ja da in Lemberg sind, ne? Und wir haben auch noch eine schöne Geschichte von Raymond Collin ganz am Ende, also bleiben wir dabei. Wir wünschen jetzt heute ein Names an, und heute ist Philippe. Also, Bertrand Philippe kommt vom Griechischen, und das sind die, die Pärger haben, gell? Ganz genau, ja. Philippe. Philippe de Macedoine war der. Philippe de Macedoine, Ja, genau. Das ist schon interessant. Das hat mir gemäß nichts zu tun. Das habe ich gerade willen fragen, ne? Also, er weiß ja, dass der Franzi sonst sich immer da einen Satz aussucht, und heute hat er sich natürlich ein Zitat ausgesucht vom UNESCO Eugène, und das heißt, die Wahrheit liegt in der Fantasie. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Also, ein bisschen mehr. In Lemberg, das ist ja auch ein Kindschlertorf, und die Lied sind ja bekannt, also was, wenn sie da etwas vorhaben, und dann machen sie das, können ihr das bestätigen, also Fantasie, und dann machen wir, was wir gerne haben. Ja, aber Fantasie, wir haben einen Haufen Ideen, ja, nicht? Ideen haben wir, und dann probieren wir immer, dass wir das realisieren, was wir da machen. Aber auch so vom Club aus und so, es ist immer viel los, gell? Ja, wir haben viel los, gell? Ja, wir haben schon viel los, das sind auch die Assoziation, da sind wir schon im Club aus, da existiert ja schon lange, der Gebäude ist gebaut, wo Raymond, du weißt besser wie ich, als ich noch im 1930, in der Gebäude war. Das ist gebaut von Benevolen, von jungen Buben vom Dorf, die es gebaut haben. Heute steht die Struktur noch, das kann man heute gar nicht mehr machen, das kann nicht mehr angenommen werden. Heute muss alles gemacht werden, wie es im Buch steht, aber es ist aber nicht immer das Beste. Sebastian, Fantasie, und das ist noch eine Realität bei dir auch, wenn du eine Idee hast, oder? Ja, also ich bin einer, ich bin Löwe, und der Löwe, der kämpft immer, dass er seine Idee dann auf dem Papier macht. Ja, ich bin auch Löwe. Und wenn man mich noch steckt, noch mehr. Und Bertrand, du hast da auch immer viel Fantasie, gell? Im Garten und so. Im Garten, ja, überhaupt im Garten. Im Garten. Hast du auch ein bisschen? Also ich sage immer, man darf nicht so lohnen, was die Leute denken, man darf, man soll sich so ansehen und soll so sein, wie man gerne ist. Wie man sich gut fühlt, gell? Ja. Ja, wir haben da in Lemberg eine schöne Reportage, Vue du Ciel, und der Monsieur Wagner sagt uns da, wo wir da ein bisschen sind, weil ja, Lemberg ist ja nicht flach. Wir sind ja Berg und Tal, wir sind da 400 Meter hoch, und wir sehen mal die Bilder, die schönen Bilder da. Also da sind wir jetzt, also viel Wald in Lemberg, gell? Ja, ja. Also wo sind wir dann da? Das ist, puh, in Lemberg, da sind wir in Lemberg. Ich war nicht gewusst, dass es so schön ist. Das ist so schön wie im E-Streich. Da kann man ja in Österreich, wenn man so nutzt, gell? Ja, ja, ja. Der Kerich sieht man. Da sieht man den Kerich, und unten sieht man den Kerichhof. Der Kerichhof. Fabrik noch? Da sieht man noch die Fabrik, die abgibt, wo ich da vor ein paar Jahren war. Und der Gläubon-Chain. Ja, das alte Bauengläs, wo noch ... wo die Liaison gemacht hat, zwischen Sagermin und Ederbrunnen. Und da sieht man jetzt mehr den Kerichhof und den Bahnhof, und den Platz, wo wir da frisch gemacht haben, in den letzten zwei Jahren. Da gibt es viel Grim. Viel Grim. Und man sieht es jetzt nicht so da, aber Lemberg ist schon, wenn man vom Tal kommt und der Hofer im Winter schlägt es immer. Für die Sibirien, sagt man nicht. Für die Sibirien, ja. Es sind wirklich Nordwogeser, der Hofer. Vielleicht haben die Boven selber als Verdämmterschalli der Hofer auf den Hof erst gebaut? Ich denke nicht. Das ist der Platz. Das ist der Platz. Das ist der Platz. Das ist der Platz und die Aussicht. Wenn er dann aus Luna geht, dann geht er in den Wald und die Bayern. Das kann doch nicht schöner sein, ne? Ja, ja. Das ist eine Aussicht. Ich habe vorher gesagt, wir haben ein Loutissement, wo noch ein paar Plätze sind. Können wir noch da her bauen. Wir freuen immer so, gell, Bertrand? Ja, ja. Wo wir können her bauen. Wir können immer bauen. Immer bauen. Wir sind herzlich gekommen. Also, wir haben noch Plätze im Loutissement Tranche 3. Da sind noch drei Plätze da. Man könnte eventuell noch eine Tranche-Cut machen. Und wie ich es vorher gesagt habe, dass wir so weit gehen in Tranche-Cut, gehen wir zuerst mal Luna, dass es ins Mitteldorf kommt. Da haben wir schon gut angefangen. Da haben wir jetzt vor drei Jahren die Rekalifikation der Frischindustrielle gemacht. Und da sind noch Hoferplätze, wo man eventuell noch Reisern nehmen kann. Ob das mal gegen den Wald gehen. Rekalifikation von der Frischindustrielle. Ja. Man sieht es noch danach. In Lemberi ist er früher Kristall gemacht worden. Und da war eine große Fabrik. Und die haben ihn jetzt, wenn man ehrlich sagen will, abgerobbt. Ja. Aber die waren ja kaputt gewesen, gell? Ja, aber die ist zugegangen. In 1987 ist die Zugang. Die war schon gekauft worden von seltenmals La Ligue. Das ist der Altmeer, wo seltenmals der Proprietär gewesen ist. Der Josef Grebill. Und der hat es verkauft seltenmals in La Ligue. Und die haben den Savoir-Fair mit auf Wingen genommen und haben das weitergemacht wegen der Modelle und hat den Lemberi zugemacht. Das sind ein paar Aktivitäten vom Privat, weil der ganze Patrimoine ist für Dale geworden, für Kaufwahl. Gemeinde hat ein kleines Stück gekauft. Da ist der Obringer, wo Dale gekauft hat. 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 Wir haben gesagt, da gibt es noch eine Gräsche und eine Maternelle. Wir sind jetzt auf der ersten Tranche. Die erste Tranche ist schon abruppen. Und es hat die Gemeinde nicht bezahlt. Das sind die Leute, die sauen uns immer. Es hat so viel gekauft, aber die Hälfte hat ja der Staat bezahlt. Aber es ist mehr wie die Hälfte. 80 Prozent hat der Staat bezahlt. Ist der Pingschmerk, wo ihr so bekannt ist, da ist ja jetzt der Ball in Lehmbarri. Ist der Pingschmerk auf dem Platz? Also ist er auf dem Platz. Der erste Tranche ist noch nicht fertig. Nur wir können es machen, dass wir durchgehen, wie vor dem Jahr, pendant die Travaux. Und wenn alles fertig ist. 2025 ist die zweite Tranche auch fertig, weil es geht bald wieder los. Der Pingschmerk fängt die zweite Tranche an und dann geht es rund. Es geht schnell. Es muss schnell gehen. Also Lehmbarri ist ja ein Dorf, wo nur ein Doktor ist, wo Apothek ist. Keine Altersheim bauen. Ein Kollege, ja. Ein Kollege. Ein Kollege ist auch das. Sehr wichtig. Es sind drei Kollegen. Pitsch allein. Dann Rohrbach, Lehmbarri, Pitsch. Pitsch, ja. Ein paar Geschäfte, denke ich. Ein paar Geschäfte. Ein paar Geschäfte. Ein paar Geschäfte. Ein paar Geschäfte. Da ist die Intermaschine, wo die in der Sonne gebaut waren. Wann kommt noch in Lehmbarri? 1.500. 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 Im Komitee sind wir 14 Stück und die Benevolen, die zum Samstag arbeiten, sind wir also ungefähr 14-20 Stück, das kommt dazu vor. Wir haben 247 Kilometer von Santier, die wir unterhalten müssen. Mähen, Saubermacher, Banniser und das nimmt viel Zeit. Wir haben zwei schöne Santier d'Excellence, Santier des Grottes und Terre du Christall. Terre du Christall hat so 14 Kilometern und Santier des Grottes hat so ungefähr 8 Kilometer. Wie bewährt man dann Santier d'Excellence? Ja, auf dem Santier musst du nicht sehen, was Luhnwert ist, weil da sind ein paar Grotten hintereinander und es ist schön zu verlauen. Okay, da gehen wir noch ein Stück spazieren. Hopla. Christin, das haben wir bald 10 Kilometer getroffen. Wir sind jetzt mit. Nicht ganz, 500 Meter. Ich war letztens mit meiner Frau, da habe ich die Triangle gesehen, das sind Gäle, das sind Zirkle. Und wir haben das Paneu am Anfang nicht gelesen. Da habe ich nicht genau gewusst, was das will. Dann habe ich gedacht, das kann ich auf den Telefon und gehe nochmal da los, ob die Applikation hat. Und eine Applikation war das? Ja, die Federasse vom Straßbau hier hat eine Applikation. Da kannst du die ganze Wehe von ganz Petscherland sind da drauf. Also wenn ich dort habe, kann ich mit der Applikation? Ja, kannst du wissen, wo du da hin gehst und welcher Siegel ist, da musst du nachlaufen? Ja. Du bist niemals verloren, Petscherland. Mit meiner Frau verliere ich mich sowieso nie. Okay, merci. Wir sind jetzt schon fertig. Hopla. Das ist ein ganz kurzes Gespräch. Ja. Ja. Voilà. Merci, Christine. Die Franzis war spazieren. Ja. Merci, Christine Brunner. Ja, der Franzis ist bezahlt vor Spazieren. Merci, Christine Brunner, für die schöne Führung. Es ist richtig eine Chance, ein bisschen mehr Geld als hier in Lemberg. Deinen Club haben. Ihr habt da schöne Erinnerungen als junger Bo, beim Fußball? Ja, natürlich. Seid ihr mal so, wenn man ums Platz geht und die WC hat ja schon kein Klubbus gewonnen. Jeder hat ja wirklich seinen Klubbus. Da sind wir immer nur Mannsteuer in der Schale gegangen. Da ist ein paar Mal, da ist ein paar Mal ein ... Feste, ein Viertor. ... ein 3-Semiton gewonnen. 3-Semiton gewonnen. 3-Semiton gewonnen. 3-Semiton gewonnen. 3-Semiton gewonnen. Ja, 4-Semiton gewonnen. Wenn es muss hin, ne? Raymond, hast du auch Erinnerungen vom Klub da in Lemberg? Also von den Klub kenne ich sie nicht alle. Bloß, avec mon métier, weil ich auf sich nicht daheim gewesen war. Und ich habe immer gesagt, wenn ich in den Klub gehe, will ich auch schaffen in den Klub. Und nicht nur mal komme und fahre auf das Weihnachtsfest. Das ist nicht so gut, ne? Ja, man hat es doch gerne. So 42 Monate, aber 15 Mal schaffen. Ich habe immer jeder geholt. Bloß, ich war nicht in den Klub selbst drin. Einmal im Fußball-Klub. Einmal im Fußball-Klub. Einmal im Fußball-Klub. Dort war ich 30 Meter. Ja. Das ist schön. Und auswändlich ist es ein Barbecue. Kann man auswändlich auch Kreativ machen. Ich habe auch gesagt, es war natürlich Bénévole. Numa Bénévole, ja. Bénévole. Und umso mehr ist der Weg groß, gell? Also über halb da, wenn der Siegel so ist, ne? Wenn nur ein Gräsel drumherum ist und es sind so drei, vier Stunden, also doch schon eine halbe da. Aber umso mehr, dass es eine große Disque ist. Auch die großen Kästchen da. Das sind immer so ganz große Wähe, die durch die ganzen Vorgäse gehen. Es sind ja 20.000 Kilometer Wähe durch die Vorgäse. Aber es ist schwer, Christine hat schon recht, man kann sich da nicht verlieren. Aber man kann ja da Bertrand auch. Man kann sicher so Bichel kaufen. Es gibt auch Karten IGN, wo man eine Randonnée kann. Und da sind die Wähe immer gut gezeigt und immer Kommentare, ob es schwer ist oder nicht. Und so weiter stehen. Und die anderen Wähe kommen ja da in den Club und die gehen auch noch in den Rat. Und dann haben sie gesehen, wenn man da anfängt im Club und da sind die ganzen Siegler vorher. Martin? Ja? Ich wollte gerade ein kleines Abstand über deinen Club Worgä. Die haben jetzt 1872 gegründet worden. Der Club Worgä. Und das ist einer der ältesten Clubs überhaupt, die existieren als Sportclub. Einer der ältesten Sportclubs, die existieren. Und die waren so sehr aktiv in der Region, dass die ersten sind gegründet worden in Souvre. Also 1872 in Souvre. Und das Jahr danach war es schon in Sagemann. Der erste war Richard Stief, der das gemacht hat. Das war der Deutscher Magistrat. Weil der hat ein Vorbild gehabt, die Clubs von Deutschland. Also die Spazier- und Marschklubs und so weiter. Die Hüte. Die haben da auch Hüte gebaut. Die war es gewählt. Die ganzen Pfalz-Vereine. Und unsere Clubs haben damit viel zu tun. Also wunderbar. Ja, Martin haben wir heute nicht bei uns. Aber sie haben es gefilmt. Sie war im Wald in Lemberg. Jean-Marc, musst du dir mal vorstellen. Und Martin erzählt uns da mal jetzt doch einen Witz. Das hört man ja. Also heute sind die Läder nicht disponibel, wenn sie in Lemberg sind. Aber mit meinem Herzen sind ich bei uns. Und ich habe nicht durch ein paar Witze gerichtet. Da sind wir ja gerade in Lemberg. Da ist Jules und Bernadette. Die sitzen da am Abend, am Freitag Abend. Oh, jetzt gehen wir ein Aperitif trinken miteinander auf die Terrasse. Er holt seine Gläser aus. Die Kristallgläser, die sie früher in Lemberg gekauft hat. Und er holt auch eine Flasche Wien aus. Ein Wieswien. Das schenkt er in. Über einmal lebt er ihr das Glas und sagt. Oh, wie habe ich dich so gegeben. Ja, bin ich so froh, dass es dich gibt. Ohne dich kann ich schon gar nicht mehr leben. Dann sagt Bernadette. Oh, Schatz, so romantisch, so schön. Ich habe schon lange nicht mehr mit mir geredet. Mir wird so ein ganz kribbeltisch. Dann sagt er, Jules. Eine Frau, ich rede ja gar nicht mit dir. Ich rede ja mit meinem Gewürztraminer. So sind die Männer. Also, reiche mal, gell? Es geht halt durch den Mann. Es geht durch den Mann, auf jeden Fall. Wenn man jetzt von Christall redet in Lemberg. Ist ja Christallerie gewesen, wie wir schon vorher gesagt haben. Die hat ja sogar Christallerie de Lorraine gehesch, gell? Ja, Christallerie de Lorraine. Christallerie de Lorraine. Und da haben wir jetzt einen kleinen Film, den lassen wir uns auch noch kommentieren, gell? Wie ich aus der Schule gekommen bin, hat es gekostet. Du musst halbe Jahr zum Heizmann gehen. Dann fehlen Leute in der Hütte. Der Erste, da die Hütte haben müssen gehen, hat es immer gekostet, da ist es heiß im Sommer. Da musst du an die Hilfe gehen und die Hände verbrennen da. Dann hat der Papa gesagt, da bleibst du nicht drin. Ich fand dich schon heraus. Der Heizmann hat wohl gesagt, wenn es ihm gefallen kann, dann bleibe. Denn sie haben nicht viel gekostet, wo in die Hütte gegangen sind. Alle haben sie wieder in den Schleif. Heute sind wir am 7 Uhr im Atelier sind. Das ist nicht wie heute. Heute musst du stempeln. Dann bist du rein. Und da ist vorhin ein Portier gewesen. Und da hat gelaut, wenn er zu spät gekommen ist, ist er hingeschrieben worden. Versteht ihr? So viele Minuten habe ich mich noch nahe gefehlt am Saal da. Und ich bin immer bei der Seite gewesen. Auch mein Papa war immer der Letzte. Mit den Klumpen. Früher hast du noch Klumpen genommen. Wenn Winter gewann ist, ist er bald nicht weggekommen mit den Klumpen. Dann habe ich mich ein Jahr in die Hütte gehen. Und dann sehe ich ihn rauskommen ins Schleif. Hast du nicht davon schlafen? Über dem Taillier. Das ist auf der Aufstieg gegangen. Der Heizmann, der hat das Kommand gekriegt von England. Und die hat die ganzen Heimarbeiter gekriegt. Die Erwitt von den Hemmschleifern. Und da haben sie Mummeren. Hengenpalle, Lämpalle. Sogar Lombach. Hunde heben geschliffen. So mal im Mond. Da hast du keine Fuchtesthunde gekriegt. Mein Ding, weil ich nicht mehr weiß, war schön. Aber heute ist es nicht mehr schön. Ist ganz anders. Heute schaffen sie alle auf Maschinen. Heute wird nicht mehr Taillier mit Bier. Heute mit Diamant. Das nimmst du immer in die Hand. Das Taillier. Die Autos sind erst gekommen, als ich vom Militärheim gekommen bin. 56. Da hat der Auto gekriegt. Aber vorher hat er die zwei Paare gekriegt. Und sie. Und dann habe ich dort alles gekriegt. Im Stall. Wenn er Geburtstag hatte, haben wir gefeiert in der Wirtschaft. Sind wir vom Schaffen in der Wirtschaft. Das ist nicht weit geworden. Heute haben wir keine Wirtschaft mehr. Das ist doch praktisch geworden. Nur wir haben nicht viel Geld verdient. War schon aber daheim. Naja, ich habe ein wenig das Doppelte verdient. Ich habe mir nichts draus gemacht. Ich habe erst gesehen, wenn man in eine andere Fabrik geht, dass man mehr kriegt. Kann man mehr kriegen. Versteht ihr? Die Spriwege werden, heißt man. Da hast du keinen Verbund, der verbunden hat, bis es ein Glas war. Militär sagt er, er freist noch nicht. Dann sag ich näher. Und da hat er die nicht. Die kommt alle Mal in Wasser holen. An der Krone hin und an. Und dann luschen wir mal, dass sie die kriegen ist. Er hat noch geredet von mich noch. Und dann habe ich es kennengelernt. Das ist mit dem Gong. Ein Jahr, zwei. Und dann war es eines, zwei Wochen. Dann habe ich geheiratet. Ich habe vier Jungen. Und dann habe ich alles wie so geschliffst. Kristall. Hey, denn ihr Jungen freuen gar nichts mehr nach dem Kristall. Die kaufen es sich. Das ist gerade so schön und gerade so hell. Das Kristall ist entschluss. Das geht nicht mehr. Ich habe ihn da sehr wissen. Die Jungen will das gar nicht. Die froh nichts zu nehmen. Was willst du machen? Wir sind auch nicht gewöhnt aufs Kristall. Wenn man nur mehr Geld hätte verkaufen. Das ist wohl auch angerufen vom Hemmer. Da ist einer gewesen. Er hat Benzin getunkt. Und hat gesagt. Moin geht es zu. Ja. Sag ich. Das ist nicht wahr. Ich habe ja nur geschafft. Tatsächlich. Freitag vor allem bei unseren Schafen. Jetzt geht es morgen nicht zu. Dann kommt es an. Ja. Also. Merci vielmals für deine schöne Thema. Jean. Michel Mert. Das ist ein Extrait. Das ist ein Extrait von einem Film, den ich bestellt habe. Bei Mosaik. Ja. Wie er etwas abgerupt hat. Ja. Ich habe das mal abgerupt. Aber ich habe gedacht. Ja. Wir müssen noch ein Souvenir haben. Es gibt schon zwei Filme, die gedreht worden sind. Einer in 1950 und einer in 1970. Und dann habe ich mit meinem Conseil geredet. Was nicht davon denken. Ah ja. Das ist eine gute Idee. Da können wir etwas machen. Dann habe ich den Film gedreht und gezeigt. Dann habe ich gesagt. Das war der Moment. Und dann habe ich mir zuerst gedacht. Da hätte man nur Filme verabschiedet. Und dann ist das ideal weitergegangen. Aber man geht auch noch Leitemaniere machen. Auf dem Dorf. Und eins und so. Dann haben wir dann einen Film gemacht. Mit viel Emotion. Als der gezeigt war. Das ist jetzt ein schöner Souvenir. Ja. Le 22 Dezember, 2023. Und dann kann man jetzt lohnen. Dann kann man nicht lohnen. Wir können es jetzt im nächsten Zeichen machen. Wenn wir den Röber vom 3. Mal schon im Mai de Juni. Dann wird er wieder gezeigt. Für das Leitem Dorf. Und dann geht es so weiter. Wir haben noch viel Lied vor Lemberg in der Kristallriegeschaft. Die Hälfte. Wie Meister. 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 Und es wird für den anderen der verordnet dich. Das war einfach gewesen. Ja. Genau. Du gibst ja nichts. Du bist aufgehoben. Ja. Du bist aufgehoben. Ja. Du bist aufgehoben. Ja. Du bist aufgehoben. Du bist aufgehoben. Ja. Du bist aufgehoben. Ja. Du bist aufgehoben. Du bist aufgehoben. Du bist aufgehoben. Du bist aufgehoben. Ja. Du bist aufgehoben. Ja. 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 Die Favoriten nicht. Ja. Aber. Ja. Ja. So Bertrand. Du hast schon ein paar Bilder mitgebracht. Das ist das Buch. Die Kristallrie Lorraine. Ja. In 25 ist aufgemacht worden. Und zwar war ja ein Bäcker. Das war der Heizmann. Damals war es so, in Minstall haben die Kristallarbeiter Brot gekriegt, fast ziemlich billig. Und die Bäckere von der Region drumherum haben gesagt, das steht normal. Und die Heizmann haben sowieso schon die Idee gehabt, wir könnten ja da auch etwas machen, direkt im Dorf. Und deswegen hat es einen bewährt und hat gesagt, wenn die Brot machen, mache ich Kristall und Weier. Jetzt haben sie noch Weier so gemacht und direkt mit 20 Personen haben sie angefangen. Und es war ein bisschen kompliziert, die ersten Jahre waren kompliziert. Es ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es ja richtig gut gegangen ist. Jetzt sind es 70er Jahre, hat es gut funktioniert. Die Periods vom Krieg in dem Fall? Ja, ja. Die haben sich alle dazu gemacht und die haben sich ungefähr gehalten in der Zeit. Und nach dem Krieg haben sie noch wieder mit dem Mieter aufbauen und es gut geschafft haben. Das stimmt. Der Franzis zeigt uns jetzt mal das erste Bild, wo du am Wappen. Ah ja. Das sieht man ja da auch schon, dass da eben so ein Kristall ist. Genau, weil es an dem Wappen haben sie direkt wieder sein. Also es hat etwas direkt mit dem Dorf zu tun, das Kristall, der Wappen haben sie gemacht. Und das Hirsch, der Hirsch unten dran. Und was geht das da? Ich habe eine Idee. Der Wald. Der Wald? Der Wald, nein. Auf einem Wald, ja. Das ist der Saint-Hubert, oder? Saint-Hubert, ja. Weil das erste Dorf. Das ist aber nicht Saint-Hubert, das Bild. Das erste Dorf war an dem Quill von Saint-Hubert. Ganz, ganz früher. Und der Quill war früher ein kleines Dorf. Und das war nicht benannt. Man weiß nicht, wie es damals herrschte. Das ist ein Westerstück von der Zeit von den Römern, Gallo-Römern. Ah, den Römern. Ja, die haben uns gefehlt. Also das sind die Plätze, wenn man schon in Claude-Voussien ist und spazieren geht, muss man die Plätze, die Filze, lohnen gehen. Aber hast du schon das, drei Bilder, Filze? Ja, das sind drei. Drei. Das erste Teil existiert leider nicht mehr. Und das unterste Teil, weil man sieht gerade noch zwei, drei Personen, die da... Und da sieht man ein bisschen den Hirsch, gell, und so. Das ist an der Quill, das ist genau an der Quill. Und das ist das große, das große Teil. Und der Hirsch ist gerade um die Ecke hoch. Lemberg ist ein nobles Dorf, gell? Das ist ein nobles Dorf, weil da ist jetzt Pitsch. Das ist jetzt Schloss von Pitsch. In Lemberg ist Schloss von Pitsch gewesen. Das erste Schloss, das alte Schloss Pitschkastrum, das war nicht in Pitsch. Und das ist erst 1322 auf Pitsch gekommen. Und das ist das alte Schloss von Pitsch, ganz einfach. Das können ja deine Pitsch auszahlen. Also das ist gerade noch was recht blieb. Also das ist jetzt was recht blieb, leider, vom ganz frühen Schloss. Die Leute sind früher, die Stehenholung an dem Schloss verbauen. Die alte Iser vom Dorf sind geboren, vom Schloss. Erster Schloss vom Pitsch. Es war kein mächtiges Ding. Es war 60 Meter auf 60 Meter. Es war kein Schloss, es war eine Jauchthit, wie man sagt. Er war ein Mönch. 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 Der Vater hat uns gerade gekämpft. Er ist nicht d'accord. Er hat uns einen schönen Schloss gewöhnt. Er war ein Mönch. 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 Er war eine Kirche gebaut. Die Mönch wurde herum gebaut. Und es war ja kein Pfarreil bis 1802. Vorab war es Lombach. Lombach war die Pfarrei. Sierschel und Lombach war die Pfarreil. In Thierstad. Ja. In Thierstad. Auf dort der Räumann weiß es gerade. Susanne de Bertrand hat eine Konkurrenz. Lombach hat ja keinen Kirchkind, Sierschel. Das war auch ein kleiner Wegewinkel von Kirchkind. Das ist eine Kirche, das waren ja die Kappel. Da war man schon mit Sökel auf. Ja, ohne Unhemd. Und Mittags darfst du fest bei dir verfehlen. Dann bist du da und du hast noch einmal mit den Unergehen. Sind die gleiche Spacht da unten oder die weniger? Mega Spachtel. Mach sie ja schön. So fahren wir jetzt Velo. Genau. Was hat die Partikularität? Die Kirche von Lombay, die Altebs. Die hat etwas Spezielles? Ja. 1872 ist wieder rumgebaut. Aber sonst, was hat das Spezielle? Die andere Kirche. Lohnt es nicht Richtung Jerusalem? Es gibt Kirche, die falsch rumgedreht sind. Also die ganze Kirche gehen wir die Treppe hoch. Ach, mhm. Nehmen wir eine Treppe hoch. Ah, stimmt. Das ist schon umgebaut. Ja, und verwarf. Da war's. Da hat Remusaz jetzt alles. Remusaz. Weil jetzt die Kappel, unter der ... Die Sous-Viservandeu. Ja. Ist vergrößert worden die Kappel. Ja. Ist der Kirche war. Mhm. Plus der Ingang war nicht zu. Der Ingang war unten. Ja. Und der ... Der ... Der ... Der war von Sarau Lügeben. Der hat ... Auch ... ... ... ... ... Das ist egal. Ja. Das spielt keine Rolle. Der hat sich wieder vergrößert. Mhm. 72, ja. Plus der hat den Ingang nicht ... Auf der anderen Seite. Ja. Auf der anderen Seite. Und vergrößert. Weil in dem gibt man heute die Treppe hoch. Tepernouna. Voilà. Majestu, käme Tepernouna. Muss ich jetzt aufpassen, wenn ich lasse. Ja. Es gibt es auch. Es ist schwer. Es gibt eine Partikularität von den Menschen. Ja. Bei der Französische Mal waren wir in Pütlinge gewesen. Ja. Und da haben wir vom AB Pink geredet. Genau. In Lemberg, da stammt ihr Futter. Und sie merken die Part Pink aus. Ja. Die Familie Pink, die stammt nicht in der Wirklichkeit von Lemberg. Aber sie sind da geboren. Ja. Die sind da geboren. Der Poppe war Rousseau Verdi Post. Und war noch Schmidt. Schmidt. Und war sogar Meier. Das ist der alte Post. Das war der alte Post. Er war Schmidt. War an der Post. Und war noch Meier von Lemberg. Der Poppe. Und er hat 13 Kinder geredet. Und von den 13 Kindern waren zwei Pastoren. Eine Schwester. Ein Kind ist ganz frei gestorben. Und die Pink sind bekannt. Weil der ähnliche Hof hier im EWG gewesen. Hier in Metz. Sehr bekannt. Und die Schwester war die Angelika Merkelbach-Pink. Bach-Pink, ja. Die hat den Herrn Merkelbach geheirat. Und die haben sehr viel gesammelt. Also der AB hat die Lieder gesammelt. Der verklingende Weisen. Ja. Und sie die Sage. Die hat die Sage. Und die Frau Pink, die ist in Lemberg auch wieder gestorben. Die ist in Deutschland gewesen. Die war in Nordfrankreich und in Belgien. Sie war ein bisschen überall. Ja. So hat er unbedingt wieder in die Heimat willen. Können euch mal etwas denken, Herr Le Maire. Sie sind gestorben. Ja. Das war die Pink da. Weil es ist eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Aber die Pink ist ja bekannt gewesen. In Hamburg. Ja. Wo du begraubt. Ja. Also Bertrand, wir machen jetzt noch zwei Bilder ganz kurz. Zwei so zittlafte davon. Über die Kristallerie. Die Kristallerie, ja. Dass man doch sieht, wie gross die Kristallerie war. Ja, vor allem schon ein bisschen mit den Bildern. Ganz genau. Du hast ja eine sehr grosse Firma gewesen, gell? Ja. Bis zu 400 Arbeiter. 400 Arbeiter. Da muss man auch Platz haben. Wie gross. Und das letzte Bild natürlich. Ein bisschen Kristall. Ja. Ein altes Foto. Was man doch sieht ungefähr, was war Kristall, was sie damals produziert haben. Das ist schön. Gerade für die Anekdote. Zum Teil ist er auch ein Papst vergeben worden. Also in Rom ist Kristall für Lembarie? Ganz genau. Ein Vatikaner. Jean-Paul-Deux, ja, in Frankreich war. Und ihm so Kristall war sie geschenkt. Also Sebastian, du musst dich jetzt. Und er hat mit Gräbel gegründet. Ja. Ja. Und wer das angekratzt hat, ist eine Kirche geworden. Ja, ja. Oder? Ja, ja. 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 Ich muss jetzt ganz schnell machen. Ja, ja. Also der Bertrand. Ich glaube, wir müssen wieder in Lemberg kommen. Wir kommen noch einmal. Bitte klumpen. Ja. Ja. Also ein kleiner Parallel. Ja. Von der Kristallriegerät. Ich und heute will reden. Weil da für ein paar Tage am 23. April haben wir ja ein Fest gehabt. In Kreuzwald, im Gruwegebiet haben wir geführt, dass 20 Jahre die Grube zugemacht hat. Die letzte Grube. Und da haben ich vielleicht für euch jetzt eine Frau, haben da ein Lied auch von Lemberg. Also die haben in der Kristallrie geschafft. Aber haben da vielleicht ein Bus? War da ein Bus vielleicht, wo die Lied auch? Ja. Viel bisschen, ja. Nicht nur mal Lemberg. Es ist ja schon sehr schwer. Hinten ein bisschen noch mehr wie da. Waldsporn, Waldhause, so das. Ja. Die haben die ganze Zukunft gehabt. Ja. Aber drei bis vier auch die Büsse. Die sind dann auf der Grube. Weil, wenn man es so überlegt, ganz, also an der ersten Epoch waren bis 47.000 Bärschmänner in Lothringen, gell. Am Ende, der letzte da, waren noch 375, steht da. Und das ist da die, die, die famöse Havöse, gell. Wie kann man so ein Gruwebagger, wo sie gehört haben? Die Elektra. Also die Elektra gibt es noch heute, gell. Wo man, man kann es sehen, im Park Explore Vandell. Das ist auch immer viel Anekdote, gell, Raymond, über die Geschichte. Hey, Museum, ne? Ja. Wir bringen uns nicht mehr viel, ne? Ja. Also gerade Ewe schon macht. Komm, da ist noch mehr gebrannt. Ja, vielleicht kommt es wieder, gell. Da ist es. Ich schaue noch einmal kommen. Ja, ich weiß nicht. Da haben wir die Gruppe zugemacht, weil es ähnlich dann kommt, gell. Da haben sie den Park Charbonnier unterschrieben. Ja, Politik, ja. Und ja, war Politik. Aber ich weiß nicht, warum ich spüre, dass das irgendwie, irgendwann wieder aufmachen. Weil es sind noch so viele Ressourcen, gell. Wenn man so zählt, sagen sie, 100 Millionen Tonnen Kohle, die haben sie schon rausgeholt und sollen noch so viel da drin sind, gell. Und die ganze Maschine steht noch unten, das ist auch sehr interessant. Ich merke, Lemberg hat ein Zwillingsdorf, wo das selbe Name hat. Ja, genau. Und schon 60 Jahre sind ihr der Partner mit einer Deutschen, gell. Wir haben hier einen kleinen Film, fünf Fisch, wo wir machen. Das ist nun mal, wir dürfen schon selber sagen, über das Zwillingsdorf sein, gell. Lemberg, petite commune de Moselle, d'une superficie de 10,94 km² und 1500 habitants, au cœur d'une forêt du Pays de Bitsch. Lemberg, commune du Palatina, à côté de Pirmasens, eine superficie de 58,19 km², dans le Pfälzerwald, qui compte un peu plus de 4000 habitants. Ces deux communes ont fait le choix du jumelage, il y a 60 ans, alors que l'amitié franco-allemande n'en était qu'à ses balbutiements et que l'Union Européenne n'existait encore que dans la tête de quelques visionnaires. Lemberg et Lemberg, c'est donc une longue histoire commune entre élus et associations. En témoignent ces quelques souvenirs, cadeaux issus des nombreuses rencontres officielles qui entretiennent le lien. Tous les deux ans, les deux communes se rencontrent, une fois en Allemagne, une fois en France. Jean-Marc Wagner participe à cette rencontre pour la première fois en qualité de maire. De son côté, Martin Nibur a été élu en 2019. C'est à eux que revient la tâche de fêter cet important anniversaire. Et c'est un moment extraordinaire que nos anciens ont pu écrire cette page de l'histoire. Et c'est un moment important pour le continuer et de mémoriser tout ça dans l'avenir. Après un hommage rendu à Patrick Klein, ancien maire de Lemberg, disparu en 2020, particulièrement attaché à ce jumelage, les deux maires ont échangé leurs cadeaux et planté l'arbre de l'amitié pour les générations futures. Alors quand le maire de Lemberg rencontre le Burgermeier, restant de Lemberg, qu'est-ce qu'il se raconte ? Des histoires d'amitié, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada auf dem Schloss Berry. Und Lembery ist der Schloss auf dem Schloss Berry. Auf jeden Fall, man hat da im Hintergrund die Harmonie St. Maurice gehört. Und ich begrüsse hier Pierre und Ernest, der immer noch Musik spielt, und ein kleiner Hommage an Joseph Schneider, der sehr aktiv war, mit der Klarinette und so. In St. Louis war Harmonie an, bei der Kristallerie, und da in Lembery wahrscheinlich ist es auch immer noch. Ja, die ist noch. Die Partnerschaft, die ich gemacht habe in 1961, da sind ein paar vom Dorf, die ziemlich aktiv gewesen sind, notamment der der Roman Clemens, der am längsten im Gemeinderat gewesen ist, der 46-92. Und er hat viele Oeuvres, dass die Partnerschaft gemacht wird. Da ist der Clemens gewesen, da ist der Longetienne gewesen und der Naida André, im Säbelsiner Bruder. Die haben natürlich die Equipe gemacht, dass das gemacht wird. Und dann haben wir die zwei Meere unterschrieben. Der Meer Lezelner von Lembery und Herr Milem, der Meer von Deutschland. Ihr habt so stehen, in Lembery wird nicht lange rumgeladen, wenn man da eine Idee hat, ohne wird es gemacht. Da wird unterschrieben. Da wird unterschrieben, da wird unterschrieben. Da geht es rund, ja. Im Wald wieder natürlich. Also kennen Sie das Leonie von Lemberg? Also das Leonie vom Lemberg ist eine Spaziergang mit den Enkelkindern. Da sind sie so ein bisschen durch den Wald und die Enkelkindern wollen ein Picknick machen, ein Gute draussen essen. Dann finden sie da so Wiesen im Wald. So, jetzt können wir da die Gute holen. Das Leonie macht die Decke auf den Boden, packt alles aus. Und dann sagt immer einmal der kleine Junge, der Matthäus, Mami, geh, mach uns mal wieder den Wolf. Nein, nein, ich mach jetzt nicht den Wolf. Lass mich ein bisschen ausruhen und ihr essen da. Und Julie, das Enkelkind, sagt, Mami, geh, mach uns den Wolf. Nein, ihr essen jetzt den Gute und dann gehen wir wieder heim. Ich war immer so, der Matthäus, um Julie, gehen Sie heimlich. Und dann sagt er so der Mami, Mami, wanne war dann das letzte Mal, wo du Kack-Kack machst mit dem Papi? Und dann sagt das Leonie, wuuuuh. Merci. Merci, Martin, hat eine schöne Witz, gell. Und wir haben da jetzt noch Foto aus dem Schuhplatz. Und da können wir auch sagen, wuuuuh. Das erste Foto ist vielleicht das Foto von Martin, auf jeden Fall. Wuuuuh. Du meinst gerade Chapeau Rouge. Chapeau Rouge. Ja, stimmt. In Lemberg sind auch noch viele Obstfäme und so viel Wiese. Ja, ja, ja. Es gleicht sich. Es gleicht sich. Ich habe die kleinen Kommunion doch nicht gesagt. Ich finde auch eine von mich. Lohne mal doch. Von der kleinen Kommunion. Früher haben wir noch die kleinen Kommunion gemacht. Die große Kommunion und die Konfirmation. Das war mir. Das ist jetzt die große Kommunion. Ja, ja. Ich war ja auch von Kör gewesen. Ja, ja. Ja, das sind die. Ja, das sind die. Man kann den Rosenkranzer-Ompf Sebastian sehen. Ja, ja. Ja, noch einer. Ja. Bist du da drauf? Ja, ich bin drauf. Eine Idee? Ja, da mit dem Schilier vom Buckel. Da hat man es gesagt vorher. Ganz rechts. Das war in Cicinatico. Damals ist man noch in der Kolonien-Vakance gegangen. Entschuldigung, Kolonien-Vakance. Genau, das war in Italien. Da sind wir in der Suche gesetzt. Und ich war nachgefahren. Und heute bin ich in Italien gelandet. Hast du schon die Kopie gemacht? Hast du mitgegeben? Nein, das sind die Buckel. Das waren die Liebsten. Doch, das waren die Liebsten. Die Buckel waren alle. Und Susanne. Ja, ich gehe viel laufen. Ich schlafe gerne. Und dann habe ich ein Bild mitgegeben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist dann im Wald. Wir sind ja in Reischwille. Und wie vorher der Remo gesagt hat, wir gehen da auf den Lembert. Und dann gehen wir da hinten an der Beiere. Und dann gehen wir durch da. Das ist auch von der Jean de Saint-Hubert. Die Jean de Saint-Hubert, doch mal. Das ist doch nicht gerade an den Bänen geschehen. An den Bänen. Ja, das ist schön. Der kennt jeder Baum. Der kennt doch jeder Baum. Richtig, hätten wir auch noch. Ich baue ihn nicht, wie man sagt. Also, wir haben ja jetzt so gut angefangen mit Martin. Und jetzt lachen wir uns mal in Martin seine Witze an. Jetzt hat er so ein paar schöne Witze mitgebrungen. Ja, ja, lachen wir mal. Das ist ein Saggeminner. Der ist ins Bitscheland gegangen, für so kleine Randonne machen. Dann macht er da eine Randonnée. Und fürs Miteessen findet er da so gutes Restaurant. Dann geht er das Miteessen. Und nach Miteessen denkt er auch, jetzt geh ich ein bisschen ins Auto. So ein bisschen kumpen eh. Da ist wieder Hempf auf Saggeminn. Dann sitzt er sich ins Auto, fängt an ins zu schlafen. Ich wollte einmal klopfen an den Schieb. Monsieur, da war so brummend. Monsieur, Kindi, wir sagen wie viel Uhr das ist. Ich habe meine Uhr vergessen. Es ist 14 Uhr. Gut, er kommt wieder ein bisschen in. 10 Minuten später klopft es wieder. Kommt da so Sprenger durch. Monsieur, Kindi, wir sagen wie viel Uhr das ist. Ei, es ist 14.10 Uhr. 10 Minuten, noch 14 Uhr. Ja gut, er schläft wieder ein bisschen in. Aber jetzt langt es mal durch. Jetzt mache ich ein Schild an das Auto. Ich weiß nicht, wie viel Uhr das ist. Gut, er schläft ein bisschen in. Ich war einmal klopft es wieder. Dann sagt er, Monsieur, ich weiß nicht, wie viel Uhr das ist. Aber ich kann es euch sagen, es ist 14.30 Uhr. Ich weiß nicht, wie es ist. Also, ein Mensch doch. Ja, du stehst in den Wald mit dem Auto, bist du ruhig, bist du nicht ruhig. Aber ihr in L'Embarie, in L'Embarie sind ja nicht die Uhr. Wie sind ihr dann? Auer. Auer? Nein, nein, nein. Du da? Im Hintergrund schon. Aber ihr seid Auer. Ich weiß, dass meine Kollegen auch. Auer? Ja, Auer. Aber wie viel Auer ist das? Zeitung. Zeitung. Wie viel Auer? Wie viel Auer ist das? Also, der Nächste wisst, das ist auch ein interessantes Wort. Das wäre ein Sinn. Das ist ein Inspekteur, der fragt, der kommt da auf L'Embarie und geht da in eine Bauerriege. Und dann sagt er, ich komme da ihre Kühltür inspektieren, ob ihr da nicht Cannabis oder sonst etwas platzen. Ich muss alles kontrollieren. Ich komme vom Gouvernement. Dann sagt der Bauer, das ist alles gut und recht. Ich kann überall herumtappen. Nur wir gehen nicht da in der großen Wiese da, dort links. Dort sind nämlich die Bienen drinnen. Ah, hörst du mal? Lass mal meine Karte. Da steht, also ich darf überall runtergehen. Dann geh ich auch da an und machen, was ich noch will, sagt der Bauer. Natürlich eine halbe Stunde später kommt ja der Inspekteur Union und Christo in der Wiese rum. Helfen wir, helfen wir, die ganzen Bienen hinter ihm. Dann sagt der Bauer, ich zeige nicht doch ihre Karte. Zeige nicht doch ihre Karte. Zeige nicht doch ihre Karte. Man darf nicht immer so platzen, gell? Ja, ja, ja. Und die Bauern, die haben da immer so drückt, gell, wenn die Städtler kommen oder die Inspektoren, die haben da immer so Dinge. Das sind ja auch. Ja, das ist sehr gescheit. Ja, das ist sehr gescheit. Ja, das ist sehr gescheit. Und dann noch Bure in, also offiziell Großbure in Lember? Großbure in Lember? Ja, da hast du noch den Kleinen. Kleinen, dann hast du den Brunner, der macht da und da noch so, da noch so, da noch Finfie, Dann Fünf-Dinges machen, zwei Stück. Aber die sind ja noch ziemlich gut gepflanzt und so. Ja, und da hast du privat, auch der Dominik, der Altspa Dominik. Privat. Und die Lied machen schöne Gärden, wie wir da draufgefasst sind, Bertrand. Ja, ja, ja. Wir haben Gärden mit Blumen. Ja, ja. Der ist ja auch im Kress. Ja, ja, ja. Also da wächst es gut in Lemberi, da oben, gell? Die Luft ist gut. Die Luft ist gut. Das macht Ihnen, glaube ich, noch einen Witz heute, Hans? Oh, ist das schön da. Wissen ihr, wo ich bin? Ich bin im Lemberger Wald. Und das ist wunderbar. Da war auch ein Pariser. Da ist ein bisschen in Besichtigung gegangen, gell? Und noch einmal fällt ja da ein Nebel auf. Oh, ganz schrecklich. Er hat nichts mehr gesehen. Und dann hat er nicht mehr gewusst. Er hat seinen Weg nicht mehr gefunden. Hat er da ein paar Hieser gesehen. Dann kloppt er auch noch am ersten Hiesel. Tuck, tuck, ist da jemand? Ja, wer ist da? Das hat ein kleiner Buch. Ich hör schon einmal, ich bin ein Tourist und ich fange meinen Weg nicht mehr mit dem Nebel. Kannst du mal sagen, was ich? Nee, ich weiß es nicht. Ich bin ein kleiner Buch. Eine Frau, deine Papa. Ah, der Papa, da ist ein Haus, wo die Mama erinn ist. Eine Frau, die Mama. Eine Mama, die ist ein Haus, wo der Papi erinn ist. Ah, eine Frau, die Papi. Ah, nein, meine Papi, da ist ein Haus, wo mein Großbruder erinn ist. Ah, eine Frau, dein Großbruder. Ah, nein, da ist ein Haus, wo ich erinn bin. Oh je, da sind alle miteinander daheim. Was ist denn das für Dinge? Ah, da sind wir alle miteinander daheim. Aber wissen Sie, das ist Jesus. Aber jetzt können wir, kannst du doch nicht sagen, er sei nicht ein Haus in Paris. Ein Haus. Ein Haus. Ein Haus, ja. Und muss man ganz sagen, hinter dem Haus ist nur ein Haus. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Ja, genau. Ich glaube, der Papi traut uns aus. Ich wollte gerade sagen, es hat etwas zu tun mit der Genealogie. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Das nehme ich auch noch. Ja, aber nicht gerade. Wenn du eine Lehmbayerin bist. Wenn du eine Lehmbayerin bist. Wenn du eine Lehmbayerin bist, dann bist du eine Lehmbayerin. Ist das so? Dann hast du Geld. Dann hast du Geld und dann brauchst du nichts. Wir sind nicht aus dem Tirol und Österreich, die damals gekommen sind. Und die Sprüche von der Region sind immer noch da. Wie hört man noch? Ein Witzscherland ist egal. Jedes Dorf hat eine andere Sprüche. Glasmacher waren ja meist Männer. Also auf jeden Fall in der Hütte und in der Schleife und so. Aber die Frauen waren natürlich auch da. Und Remo Collin, der hat uns da eine kleine Geschichte über Frauen und Männer. Was ist da die Differenz zwischen? Man sagt so oft, unsere Welt heute ist nur für die Männer. Ich glaube nicht, dass es wahr ist. Wir gehen jetzt ganz einfach in einen Supermarkt. Und dann lassen wir den Platz, der da ist für die Produkte für die Männer. Und den Platz, der reserviert ist für die Produkte der Frauen. Ihr werdet da unten. Sieht ihr? Hier haben wir es schon. Das ist der Regal für die Männer. Was findet man da? Zwei, drei Sorten Rasiercreme, ein bisschen Shampooing, ein bisschen Aftershave, ein bisschen Geldouche. Und durch Deodorant Rasierklingle und damit ist die Bia geschält. Das Ganze hält auf einem Regal von ungefähr zwei Meter. Und wenn ich sage zwei Meter, ist es gut gemäss. Der Gaye, lass mal da, was für die Frauen alles vorgesehen ist. Lass mal die Creme, weil die haben ja so viele Sortencreme, wo sollen die Falten aus dem Gesicht machen und auf dem Hals nicht. Die haben Creme für ins Gesicht zu schmieren und dann haben sie noch andere Creme, für die erst wieder wegzumachen. Weil das kann man normalerweise nicht mit normalem Wasser wischen. Das muss mit einer Creme weggeholt werden. Und ein Regal reicht nicht, da sind noch andere. Die Frauen haben eigentlich dieselben Produkte wie die Männer. Sie haben Geldouche, sie haben Shampooing, sie haben Eau de Toilette. Nur in 20 verschiedenen Parfüms. Und die Creme, die ich euch vorher gezeigt habe, die sollen machen, dass die Frauen schön bleiben. Bis in der hohen Alterin hält sie das. Läuft eine Frau von 60 Jahren aus wie eine von 30. Man kann ja probieren, Jean-Marc, aber es hat ja gar keinen Sinn, wenn man nur lacht und gesund ist. Es ist Hauptstadt. Es ist Hauptstadt. Auf jeden Fall, das ist leider so, Monsieur. Ich habe gesehen, der Remo hat nichts hingekauft. Der kommt mal leer. Wir freuen uns immer wieder, dass wir es am Bildschirm haben. Er fehlt uns. Aber von oben lauten wir natürlich immer, was wir machen. Ich bin François. Da geht François. Die zwei mache ich immer wieder. Da in Lemberich machen wir ja auch alles, dass die ältere Lied noch in Egehall wären. Wir kommen vielleicht doch auf Lemberich, wenn der Monsieur Le Maire das in ein Altersheim gebaut hat. Das ist ein Altersheim. Nein. Das ist eine Maison de Wicht. Das heißt, ich komme zurück wieder in die Familie Hector. Voilà. Ich merke nicht. Zurück in die Familie Hector. Da müssen wir dann gleich vergrößern. Sebastian, du darfst jetzt den Monsieur Le Maire des Messages. Wir schicken jetzt den Kuchen an. Wir bedanken uns recht herzlich für die Zuschauer. Du bist ein Spezialist im Schneiden. Ja, Schneiden. Ich stelle dich immer den Kuchen nicht. Nein, nein. Schneiden, wie du kommst. Ich komm, ne? Merci, Remo, dass du schön mit uns gebappelt hast. Wir können noch mal sein. Natürlich. Du bist ja so viel. Merci, Bertrand. Merci, Sebastian. Und merci an dich, Susanna. Merci, Martin, dass du so schön gefilmt bist in dem schönen Wald mit dem schönen Schloss. Schöne Energie. Ja. Ja. Und wo sind wir das nächste Mal? Also das nächste Mal sehen wir uns wieder am 6. Juni. Und da sind wir wirklich am Schluss. Wir sind in Rimmelfingen. Ah. Aber da war ja auch Schluss gewesen. Voilà. Das nächste Mal. Vielen Dank. Merci, bis das nächste Mal. Tschüss. Au revoir. Tschüss. 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 Tschüss.